Audio to go präsentiert Nord und Mord. Zweifel. Von Ella Hansen. Es liest Yvonne Isins. Freitag. Kapitel 1. An diesem Tag deutete einiges darauf hin, dass etwas nicht stimmte. Zunächst waren da mal die Wollmäuse in der hinteren linken Ecke unter dem Schrank im Therapieraum. Lene Nord konnte sie aus ihrer derzeitigen Perspektive deutlich erkennen und fragte sich, was eine solche Menge von Staubflosen in einer angesehenen Reha-Klinik auf Norderney zu suchen hatte. Können Sie allein wieder aufstehen oder brauchen Sie meine Hilfe? Die Stimme ihres Physiotherapeuten klang so geduldig und menschenfreundlich, dass Lene sofort eine bissige Bemerkung auf den Lippen lag. Sie schluckte sie runter und versuchte, sich zu erheben. Es klappte erst beim dritten Anlauf, sich vom Boden in eine sitzende Position zu stemmen, dann das Gewicht auf die Krücken zu verlagern und schließlich aufzustehen. Sie war erschöpft und müde. Und überhaupt viel nervöser und unleidlicher, als es normalerweise der Fall war. Alles hatte mit diesen verdammten Schmerzen zu tun. Das Fenster war weit geöffnet und die salzige Seeluft strömte herein. Lene hörte die Wellen der Nordsee rauschen und blickte auf die kahlen, weißen Wände im Zimmer. Am liebsten wäre sie ins Freie gestürmt, dann über den sandigen Boden am Strand gelaufen und hätte ihre Zehen in die kalten Wellen getaucht. Jens, der Therapeut, der sich seit ihrer Ankunft vor zwei Wochen um sie kümmerte, war gerade dabei, einige Geräte für ihre Übungen vorzubereiten, unterbrach nun seine Tätigkeit und musterte sie durch seine spiegelnden Brillengläser. »Wir versuchen es morgen wieder, ohne Krücken. Einverstanden?« Stumm schüttelte Lene den Kopf. Ihre Ungeduld, endlich ohne Hilfe gehen zu können, wuchs von Tag zu Tag. »Heute«, sagte sie schroff, schob dann jedoch ein »Bitte« hinterher. Als Jens widerstrebend nickte, keimte Hoffnung in ihr auf. Sie wollte den Ort auf ihren eigenen Beinen verlassen, ohne Hilfe in den Zug nach Lüneburg steigen und wieder an ihren Arbeitsplatz bei der Polizei zurückkehren. Der Therapeut nahm sie bei den Händen, um sie zu stützen. Lene atmete einmal tief durch und ließ dann voller Optimismus die Krücken zum zweiten Mal an diesem Tag los. Anschließend setzte sie einen Fuß nach vorn, kurz darauf den zweiten, einen einzigen Schritt konnte sie sich auf den Beinen halten. Aber kaum wollte sie den zweiten versuchen, knickte ihr Knie weg und sie wäre erneut der Länge nach hingestürzt, hätte Jens sie nicht reaktionsschnell gehalten. Ein stechender Schmerz durchfuhr sie und Lene machte sich keuchend von ihm los. »Verdammt«, sagte sie, bückte sich und schob ihre leichte Trainingshose nach oben. »Besorgt, es ist einfach noch zu früh«, erklärte er bedauernd. Lene starrte auf das Bein, das sich an einem Tag gut anfühlte und am anderen, als wäre es längst gestorben. Die Narbe war gerötet, das Gewebe darum geschwollen. Tränen des Zorns und der Enttäuschung schossen in ihre Augen. Wann würde dieser zermürbende Zustand endlich ein Ende haben? »Wie lange dauert das noch?«, fragte sie, als sie sich auf die Liege gehievt hatte und das kranke Bein mit beiden Händen umschlossen hielt. »Wann kann ich endlich wieder laufen?« »Ich will joggen gehen, meinen Job machen und nicht die ganze Zeit darüber nachdenken, ob eine weitere Dosis Schmerzmittel zu viel ist.« Ihre Stimme zitterte vor unterdrückten Emotionen. »Meine Kollegen brauchen mich«, sie stockte. Das war ihr so rausgerutscht, weil es bis vor ein paar Monaten auch der Wahrheit entsprochen hätte, jetzt allerdings hatte sie Zweifel, ob es wirklich noch stimmte. Mitfühlend seufzte der Therapeut und schob die Brille ein Stück höher auf die Nase. »Das kann ich Ihnen nicht sagen, dafür haben Sie nachher den Termin bei Dr. Melzer. Er entscheidet das. Ich mache überhaupt keine Fortschritte.« Sie blinzelte angestrengt, weil ihr Blickfeld verschwamm. »Dabei trainiere ich so hart, wie es nur geht.« »Sie dürfen nicht so streng mit sich sein.« Das waren doch alles nur Floskeln. »Vermutlich«, sagte er diesen Satz, jeden Tag mindestens dreimal. Sie wollte einfach nur hier weg, zurück nach Lüneburg in ihren Alltag. Die Arbeit als Polizistin war ihr Leben gewesen und jetzt? »Sie hatten wirklich Glück im Unglück.« »Das wissen Sie doch«, sagte Jens in freundlich beschwichtigendem Ton. Bitter lachte Lena auf. »Glück? So kann man das nicht nennen.« Nun stiegen tatsächlich auch noch Tränen in ihre Augen und sie wandte den Kopf zur Wand. Es war ihre eigene Schuld gewesen, dass sie angeschossen worden war. Hätte sie nicht so einen blöden Fehler begangen und ihre Fehligkeiten... »Glück? So kann man das nicht nennen.« »Glück? So kann man das nicht nennen.« Vielen Dank.